So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play, der Binding of Isaac Afterbirth. Ich bin's mit... nein. Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play der Binding of Isaac Rebirth mit dem DLC Afterbirth. Ich bin's mit mir wieder Eurobum 36 und wir spielen einen ganz normalen Rann mit Madeleine. Mal wieder. Nichts Neues mittlerweile eigentlich. Egal. Aua. Komm her, komm her. Bevor so die springenden Unterleibefeuer berühren, werden sie alle schwarz und dadurch stärker. Aua. Meine Güte. Habe ich mal geschafft, dann habe ich nicht meine Güte. Ja, komm her. Ja, komm. Komm, 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 komm. Solche starken Gegner, ey. Wahnsinn. So, hoffentlich kriege ich auch was Gutes in dem roten... äh, in dem roten Raum. Genau, in dem... in diesem Raum. My big beauty fly. Ach nein. So toll ist dieses Item nicht. Au, au, au. Ach, warum spiele ich denn so schlecht? Den Rann ist doch kaum noch echt vergessen. So, nochmal, bitte. Ist ja schlimm hier. Stell mich grad an. So, nochmal. Das war auch wieder sehr sinnvoll, Bum. Nichts. Oh, toll. Oh, toll. Oh, toll. Was macht das eigentlich nochmal? Nichts. Okay. Deade-Eye. Okay. Sollen wir das schon wieder einbringen? Aber es ist halt auch nicht wirklich toll. Ah, es macht mehr Schaden. Okay, alles klar. Wah. Okay. Wow. So. Puberty. Justice. Wah, Hilfe. Lass euch nicht scherzen. So. Nächster Bereich. Na, na? Gut, wir haben jetzt noch ein halbes Herz. Na, komm. Komm. Dankeschön. So. Oh Gott. Okay. Aua. Na, na, na. Hast du das mal bitte auf mich zu beschießen? Komm schon, komm schon. Dankeschön. Fight and dash. Ja, das ist eigentlich total der Schwachsinn, aber okay. So. Man kann damit halt Fliegen angreifen, aber es ist halt nichts Besonderes. Ja, ich habe was verloren. Oh, wie schlimm. Gut. Was ist hier drin? Zwei schwarze Herzen nehme ich doch gerne. Für euch mag ich überhaupt nicht. Danke. So, was erwartet uns hier? Keine Ahnung. So, ich habe noch eine Hälfte für den schwarzen Jax. Das ist halt nicht viel. Aber es ist okay. Oh, ein graues Herz. Wie lieb von euch. Ich bräuchte mal eine Bombe. Wie war es damit? Ja, du hast ja ganz viele Bomben, aber davon habe ich halt nichts. Ach, Misty, das trifft ihn. Danke. Wie war es damit? Na toll. Wie war es damit? Na toll. Das ist halt die große Preisfrage. Wo ist der Geheimgang? Oh, okay. So, hier kann er schon mal nicht sein. Aber hier ist noch ein Stein. Und ein Grausherz. Das ist doch schon mal gut. Oh, zwei Bomben gegen eine Bombe nehme ich gerne. Hm, aber wo ist dann der Geheimgang? Wir machen jetzt einfach mal alles vor mir. So, komm. Okay, aufbauen. Ach, bumm. Dankeschön. Hm, Geheimgang, Geheimgang. Hier ist er schon mal nicht. Er könnte jetzt hier sein. Gut, da ist er auch. Okay, aber von habe ich jetzt nicht viel. Wo ist dann Geheimgang Nummer zwei? Aber zwei könnte halt hier geradeaus sein. Ist er aber nicht. Dann lassen wir es. Dann werde ich nicht weiter raten. Gut, dann mal auf zum Boss. Boss Time. Das ist Monstru. Monstru. Aua. So. Das macht, glaube ich, ein HP ab. Genau. Und dann nehmen wir gleich wieder weg für das DMG ab. Alles klar. Weil DMG ab ist mir einfach wichtiger. So. Dann ab ins Loch. Dum, dum, dum. Ja gut, kennen wir alles schon. Oh, ein Schlenschraum. Ich habe ja leider keinen Schlüssel. Tut mir leid. Vielleicht droppt ja noch einer. Hm. Hier ist auf jeden Fall kein Schlüssel. Ich könnte schauen, ob hier der Geheimgang ist. Ja, ist er sogar. Infested. Das wäre dein Schlüssel ganz gut. Ich brauche einen Schlüssel. Keine Bomben. Nein. Ich brauche immer noch einen Schlüssel. Wie oft noch? Ich brauche einen Schlüssel. Vielleicht brauche ich mehr als nur einen Schlüssel. Münzen habe ich mittlerweile genug. Ich brauche einen Schlüssel. So, komm komm. Ich kriege immer noch keinen Schlüssel. Warum kriege ich hier eigentlich so viele Bomben? Ich könnte schon, ob hier der Geheimgang ist. Ist er nicht. Ist er vielleicht hier? Nope. So, was mache ich jetzt? Da habe ich weder einen Schlüssel noch Bomben. Toll. Wir haben aber noch ein paar Räume vor uns. Was hat denn die Zeit? Die Zeit ist eigentlich, ich habe noch Zeit. Okay, gut. Ich bin wieder entfestet, okay. Tja, das ist ärgerlich. Ich habe einfach keinen Schlüssel. Na gut. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Als zum Boss zu gehen, ne? Mega Man. Oder Mega Mag, wie auch immer. Ja. Ja, ganz toll. Und hier ist es ab. Ja. Ja. Okay, das ist schon mal kein guter Run. Wenn man nicht mal einen Schlüssel hat. Meine Güte. So, weiter geht's. Oh, das darf ich nicht aufheben. Ein Schlüssel. Aua. Aua. Noch ein Schlüssel. Toll, jetzt wo ich... Gut, ich brauch zwar immer noch welche, so ist es ja nicht, aber... Aua. Komm. Willst du bitte deinen Mund öffnen? Danke. Meine Güte, ich hasse diese... Wesen. So, du auch noch, bitte. Das ist hier schon wieder drin. Spinnen. Spinnen. So. Nächster Bereich. Jetzt zet er mal auf. Eine Bombe. Nein. Ach, mein Gott. Was ist das? Ah! Meine Güte, hör doch mal auf, deinem ganzen Kinn darauf zu beschwören. So, wer kommt jetzt? Ach, nein. Aua. Ey, du. Oh, ich hasse diesen Typen. Ja gut, jetzt habe ich nur noch ein Herz. Meine Güte. Äh, machen wir dann einfach mal kaputt hier. Äh, nee, lass mal. Okay, wenn's, wenn's ein bisschen knapp wird, aber das Problem ist halt, meine Herzen, ich brauche meine Herzen. Ja, komm, 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 komm. So, noch einer. Komm. Komm schon her. Komm her. Was ist das? Keine Ahnung. Echt super. So, jetzt habe ich hier unten noch einen Raum, in dem ich noch nicht war. Ach, Mann. Jetzt brauche ich noch zwei Münzen. Jetzt war ich gerade voll geheilt, ja? Das war's jetzt mal von meiner Vollheilung. Hier ist natürlich nicht der Geheimgang. So, das, da brauche ich, das ist eigentlich sowas unlogisch. Das macht mich das hier. So, gut, ähm. Joker, was hat der da für mich? Okay, also, Joker hat mir auch nix gebracht. So, komm schon her. Komm schon, Hilfe. Oh Gott. Toll. Ganz krass, klasse. Was gehen wir mal da rein? Hm, hab ich auch wieder nix davon. Gut, dann haben wir noch eigentlich den einen Raum, wo wir noch nicht drin waren. Jetzt haben wir ja 15 Münzen. Komm, irgendwas, na toll. Ach, würdest du bitte sterben? So ein Münzraum ist unfair. Ich glaube, der Rand wird gleich vorbei sein, wenn das weitergeht. Ah. Das hat doch alles keinen Sinn. Na gut, dann probieren wir den Boss. Es ist Goodie. Na toll. Jetzt schießt du aber ganz schön viel, mein Lieber. Da. Er ist zwar auf seinem Schießerei und Wecker, alles gut. Ich brauche nicht das Wasser, was der drin hat. So, jetzt hole ich mir erst mal das weiße Herz. Wenn ich jetzt mal ein Herz mehr habe. Ist ja schlimm hier. So. Jetzt haben wir hier nämlich noch den Dings zum Auffüllen. Okay, ich mach dir jetzt voll so weit, wie es geht. So. Okay, ich mach jetzt mit Absicht nicht Schluss, weil ich hab jetzt irgendwie ein Gefühl... Nein, du sollst das hier behalten. Okay, ich mach jetzt mit Absicht nicht so weit, wie es geht, 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 wie es geht. Toll. Na gut, wir machen jetzt einfach mal hier weiter im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020